So, liebe Bumsbus-Zuschauer, hier ist euer Tim Grenzwert und heute werde ich den Gewinner unserer Oster-Competition verkünden. Unsere Aufgabe an euch lautete, ihr solltet Ostereier bemalen. Das haben auch einige von euch gemacht und der Gewinner von dieser Competition heißt Rocco Bechli. Keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, lieber Rocco, aber du hast das ultimative Bumsbus-Paket gewonnen. Du bekommst das T-Shirt, das Bumsbus-Cap, die CD, ein Keyholder und natürlich auch ein Pondopremium-Autoaufkleber und dazu nicht zu vergessen, dein spezieller Preis, ein Wichsei. Mit diesem Ei kannst du in Zukunft Sex haben. Das hast du dir bestimmt schon immer gewünscht. Mit einem Ei. Und weil Ostern so ein wunderschönes Fest ist, bekommst du von mir noch eine Original-Bumsbus-Sonnenbrille dazu, die ich in einigen Produktionen getragen habe. Ja, die lege ich einfach mit rein. Ist ja bald Sommer, musst du nochmal sauber machen, ist schon ein bisschen beschmiert mit was auch immer. Und ich wünsche dir viel Spaß mit diesem wundervollen Paket und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen zur nächsten Bumsbus-Competition.